ich bin ein Stück eines Bündnis wenn gibt das sie dass ihr mich aufgetaut habt er danke dass ihr mich aufgetaut habt ich würde von den Schergen von Kapitalbieter und auf dieser Welt verteilt um ihr Pages müsst euch zusammenreifen also wo sind deine Teile die Bösen Jungs meinten dass sie mich am Himmel verteilen wollen ihr irgendwelche Verdächtigen von Kapitalbieter eine Soge Pätschäden nur so und eine fehlende Teile okay dann ist das das was wir gerade schon gemacht haben und aus Prinzip und die Ballen auch kaputt so um mit uns jetzt in den Artur begeben und noch mal auf die Indelfarm welche ist es denn in in ja wir sind die jetzt immer bereit worden und los geht nein ich wollte nein nein los geht's so und das hat die Möschung gemacht und die Die Federn holen und dann können wir uns jetzt schnell da drinnen. Dann gucken wir uns auch gleich mal das von rechts an, wenn wir das hier kaputt gemacht haben. Aber ich glaube, das war nur vom Rennen. Ah ne, die das so was. Ich, ich höre ihn doch. Ach komm, ja gut, ging fast easy. Oh, nur der hat gegen den wir kämpfen müssen. Sehr schön. Äh, die Taster. Gab's jetzt noch was? Hä? Na gut. Nein. Ah, für dich nichts mehr übrig? Äh, ich wollte nicht fliegen. Ich wollte diesen Mann. Ja. Ich weiß, dass ich dich nicht besiegen muss, aber ich will. So, was haben wir denn hier schönes? Oh. 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 Okay, bleib doch offen! Ah! Oh nein. Ach! Ah, es kommtizon. 4 inzumachen Armin es schwerer und den Knopf zu treffen also man muss ein Wohlen sich beim Fliegen immer und unsichtbar um es auf der Kälte stückten können das ist so klar, ne? In dem Moment, wo ich die Flaschen in der Hand habe, und ich denke, oh, jetzt schnell trinken, dann lädt es sich natürlich auf. Ja, ja, lass mich an, in Ruhe. Ähm... Hallo. Ach, komm, komm in Ruhe. So, kümmert das jetzt eigentlich so? Ja, da wissen wir doch auch schon, wie man da... Schneewelt, weiterkommen. Ganz easy. Und davon will ich ein Screenshot. Dankeschön. Schon wie sich grad... Die können sich gegenseitig kaputt machen. Wicke weg, Block! Waaah! Dankeschön. Die können sich gegenseitig kaputt machen. Muss ich jetzt ausprobieren. Ach, was weiß. Aber das ist gut zu wissen. Erstmal einsammeln hier. Zack, zack, zack. Zack, danke schön. Alter, Kamera. Die Kamera, ne? Ja, ist schon. Was? Prima, du hast ein neues Turnikum freigeschaltet. Kommt mal besuchen. Jo, das werden wir tun. Du werden die Kameras kaputt gemacht, ne? Das hat aber gedauert. Okay. Da oben gibt es erst mal einen Fehler. Okay. Komm mir vielleicht raus, war ich wieder zu früh. Nö. Trink mir mal den Knopf. Tick, tick. Jo. Ah, ja, ich weiß, wo er es ist. Das ist, da wir ganz von am Eingang. So. Da war mal die Insel jetzt fertig, da kommt man da oben. Da fliegt man gleich einfach hoch. Und... Ab geht die Luzi. Tschüssi. So, mir ist das. Wir haben das drücken. So, wie kriege ich euch denn kaputt? So schalte ich den auch bloß. War da irgendwie kaputt kriegen, die blöden Kücher? Ja, komm. Ja, komm. Ach, komm. Äh, die sind echt... Alter, gehen wir noch ein bisschen weiter? Geh mir noch einen Blick? Geh mir mal weiter, mein Freund. Hihi, hallo. Geh mir noch ein bisschen... Es hat schon immer noch ein bisschen eine Grundgeräusche, weiter wollte ich eigentlich ändern. Es war die auch gleich. Die geht nicht kaputt, ne. Was brauchen die Dinger, um den kaputt zu machen? Und war also bei der Honig? Ja, ey. Ott. um so ein wo wir reingehen werden ganz kurze pinkelpause einlegen und sie muss nicht wieder bis gleich so Achtung ich erschrecke es geht und natürlich wieder das fenster hier drüben und dann haben wir uns mal hier rein begeben befürchte fast dafür ist der honig ich befürchte aber fast hier schon der Endgegner sein wird für diesen Level also von der Größe aber das passen und ich weiß für weit fünf brauchten wir die Sonarwellen den Tipp haben wir in der ersten Welt gekriegt als wir es gelernt haben neben Tempo Terminal ok was ist denn da kommen wir noch nicht rein da geht es lang hier ist eine Toilette hier 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 kommen wir auch nicht lang also geht es ja bloß hier lang bin ich mal gespannt blöden Mistviecher da ich hasse die hier lassen sich nicht bewegen die und dann liegt eine Hand hervor ich habe da was gesehen hat er uns eine verpasst wo was war ich würde gern besiegen nein n ok die machen die dann ok wieder das vorher nicht getroffen werden nur was schön langsam durch willern ein Siegen bevor uns die zweite Mitte von Hals setzen nachden und man hat nur so unglaublich kurzes Zeitfenster um die anzugreifen Prozent Aua Nein ich würde die aber gerne besiegen einfach aus im Prinzip alter Schwenk ich würde die einfach mal 3 Damage ziehen Prozent Ua das ist schon recht nicht mehr Kaka vielleicht sollte ich zu der Kno Böderling Prozent vielleicht sollte ich lieber mit der der Welle probieren am besten wenn sie noch hinter der Wand sind äh sind sie beide hier oh ja Prozent 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 waren nicht keine Zeit Prozent 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 er war auch so vermittelt und bei einem Ort wird es gehen wird nur schön ausweichen gar nicht wieder wütend Jetzt darf uns nicht mehr töten. Ja, gewöhnt. Nein, 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 nein. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, Dankeschön. Uh, ich hatte einen Kopf, wir kriegen was dafür. Ein bisschen. Na gut. Haben wir das auf jeden Fall? Ähm... Oh, die Schienen ja diesmal. Hallo! Oh, bitte nicht. Danke schön. Hm? Aber drüben ist doch bestimmt noch ein Kopf. Ich sehe es. Na gut, dann ist da nur ein Pfeil, dass wir nach drüben sind. Ich weiß, ich muss sie nicht besiegen, aber ich will. Ah, guck mal, einer. Schon erledigt. Oh. Wenn er die Schorken, die Kapitalmeher geschickt hat, nicht einfach in der Welt lassen. Oh. Wie sieht denn das aus? Ah, oh, ah. Kamera ein bisschen... Dooofer. Äh, hallo. Ich will nur die Fähne... Ich würde dann wieder gehen, ja. Na? Wann wird deine Kumpel weg, mein Freund? Hiiii... Alter, hast du nicht logisch gemacht. Wär echt... Wär echt... Leben verloren. Und Pitchy! Ah, es gibt die 12. Ah, es gibt die 12. Aha. Und ab geht's. Und ab geht's nochmal... Ah, track. Ok, können wir jetzt auf jeden Fall gebrauchen, ja? Mh... das ist jetzt ein neuer Weg in den Zimmer? Ja, das ist ein neuer so, kleinen Moment machen wir mal schnell was zu trinken auf weil ich mir vor Zeit bis ich eine Piwi Pause besucht habe mmmm, lecker äh, ich will da nicht na gut also mal wiii d 3 hier gibt es ganz viele fehler gut guter fehler und danke und ein klopf was passiert mit den pfeifen wegnehmen das muss ich jetzt ehrlich gesagt dann könnte ich noch mal ausfüllen aber vielleicht am anderen Ende und das gleiche ein Puppen wir wollen und er wird uns auf der anderen Seite gibt Ah, komm! Tschüssi! Ah! Wtf? Wirklich? Ein Autoreifen? Hau ab! Wtf? Wtf? Das war's? Wenn man besiegt, dann verletzen, dann muss man mal den richtigen Weg gehen, oder was? Das ist schon ein bisschen mies. Na gut. Dann hat man das, muss auskommen. Was davon auskommen? Das Ausgang. Wir haben das auch geschafft. Und dann haben wir die Insel. Komplett. Die Insel und der fliegende Teil auch. Ja, hallo! Soooo um das haben wir uns in die Anführung der Unterhaltung uns gleich mal das Brot holen vor dem Fall ist er ist nicht gut und das Konflikt und und los geht die jaja so, was a bot? da hinten und ab gehts hallo einmal Boot sein bitte los b so, genau da ist es noch ich glaube, was hat mit dem Beratenschiff zu tun das ist eine kleine Insel mit einem Stein, der ein Gesicht hat was? wer bist du denn? guten Abend, nette Nacht für einen Segeltörnlicht manchmal durchstreife ich gern diese kosmische Küste wirklich eine nette Nacht, aber irgendwie kommt mir deine Umlaufbahn so bedrückt vor sag mal, ihr seht aus als hättet ihr ein paar heftige Kanonen dabei mich juckt es am Rücken an einer Stelle an die ich nicht hinkomme vielleicht zu einer nervigen mikroskopischen Lebensform, die sich gerade weiterentwickelt ein bekannter hatte mal ein paar jahrtausende üblen ausschlag ganz fiese Kiste war das könntet ihr mir die wohl wegbannern? es wäre wirklich ein großer Gefallen okay, aber gib uns nicht die Schuld, wenn du dann noch einen Krater im Gesicht hast macht euch wegen der Krater mal keinen Kopf meine Freundin sagt, es gibt Charakter Häh? oh, bitte Alter, wirklich? ach komm ähm du, weh, Lele was hast du getan? ich? Ich dachte, du steuerst die Kanonen. Nein. Das hört sich gar nicht gut an. Was habt ihr mit meinem Moni gemacht? Er war mein Fels. Oh oh. Bereite dich auf deine Vernichtung vor, du laugsiger Pirat. Ich werde dein katalysmisches Ereignis sein. Der Planete wirklich. Okay, das ist ein bisschen eklig. Okay, das ist ein bisschen eklig. Ja, das ist doch scheiße. Das ist doch doof. wir kommen noch gar nicht schnell genug weg wechselteilen wir sind noch nie mal weggefahren so der wechseln wir sind immer weggefahren das ist doch scheiße wir gehen natürlich auch bis zum Rand was soll ich machen können ja nicht ewig einfach in kreis fahren wie besiege ich den denn oder dir das ist das ist echt übel verstürmt erst wieder mit dem okay ja 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 die sitze nicht aus aber wie kriege ich die dazu dass ich sie verletzen kann ja fängt das auf der Seite an ja genau einfach noch fünfmal ach komm ja okay ich habe milliarden von jahren an meinen größten äußeren gearbeitet also 100% schmelzen hier hä mit welcher Waffe denn hinterlistige beraten ihr kämpft wie ein Gans wie ein Gas zwerg was ich habe nicht gelesen Entschuldigung ähm ich bewege mich mal ja woher wusstet ihr dass ihr auf meinen riesigen pulsierenden Krater schießen müsst ähm bäh Prozent war aber k und wie es überhaupt wie lange Geld gebraucht habe um einen Mond anzuziehen das war es mit der Steuerung echt müde das ist sehr verstürmt es ist echt übel verstürmt die die landet nach dem ja ja Prozent der Vorsicht mit dem Aquator lässt Prozent das war keine ja 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 nur eine Strecke mit dem Proben über die Auge und Grunde genommen und Gaube und die Jörg und jetzt so muss auf sich in Beidemann weiter Euro wieder zu werden wir haben ein paar Tricksauflage aber mal sehen wir mit meiner Furcht auch an nur möglichen Helm ist er aber auch die Mehrheit er hat eine Idee aber wusste die Oberfläche und meine riesigen pulsierenden Alter ein paar leben es ist eine schöne reihe noch von der seite wenn sie wie oft sie geschossen hat den Vorsicht mit dem Akkord und dass sie das in einfach in Ruhe ach komm das ist doch schön und das ist echt leicht übertrieben da kommen die Kanonle Nürnberg ja 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 deine Hitze der Bude landet so ja 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 mit dem übungen geht es mit dem übungen wird es langsam überfeuern schweren schießen so schnell brennende astro in mir so siehst du aus so ja 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 was ist das blablabla blablabla ja er ist kaputt das war nun weil sie dürfen ja und die achten ja die schiefer noch ach so lieben gut schütteln nur in dem mehr wie vorhin milliarden von jahre mann und das ist feuer die nächste feuer gut ist gut okay jetzt jetzt mitweist jetzt mal jetzt im feuer das ist echt shit ja und wir bewegen jetzt können wir die astroiden dazu ja sie noch mal darüber schaut mal nach oben ihr dreckigen piraten nein 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 was machst du so schön blödsinn ganz schön viele geschaffen ja da wird ja nicht ein kur gott ein schreckliches gesicht uhr was muss ich mit dem mann die diese Zunge die Hand zünden scheinbar nicht das heißt sie kriegt immer wenn sie aufhört normale Paketen rein na komm schon Planeta oh nein noch ein Boss den die grausamen Raumpiraten besiegt haben und euch schimpfen sie hin ich hoffe dass meine Trümmer euch mal so richtig den Lack zerkratzen oh oh die Arm schafft vielleicht ein Planetenvernichtung ups ähm oh wir wollten doch bloß ihrem Mann helfen und 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 und